Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Round of Fortress. Äh, kurzum, willkommen zurück zu Team Fortress. Tja, ähm, es ist ja ein bisschen länger her, dass Team Fortress kam, aber ich habe mir so gedacht, ach, kannst du heute noch mal eine Runde spielen? Ungefähr seitdem die letzte Folge kam, da habe ich auch das letzte Mal gespielt, aber wir wollen uns davon ja nicht... Geh weg, geh weg! Aha, unser erster Kill, wuhu! Ähm, was ich sagen wollte, genau, wir wollen uns davon ja nicht, äh, abbringen lassen, um hier jede Menge Spaß zu haben. Tja, ich bin leider erst später auf die Map gekommen, aber gut, das, ähm, wie gesagt, das soll uns ja auch nicht irgendwie... Au! Ah! Uh, uh, uh! Hallo, bin noch da! Bin da, bin noch! Nicht die Mama, nicht die Mama! Nicht die Mama, nicht die Mama! Oh. Schade. Wow! Ach, shit! Wo kam der denn jetzt her? Nee, also, hm. Yay! 2-0! Wir führen. Zumindest mein Team, also unser Team. Ach, ist ja egal, auf jeden Fall Team Blue gewinnt. Mit zwei Punkten und wir sind Team Blue peng aus. Mann, ey. Spitzfindigkeiten. So, nächste Runde. One. Overtime. Ja, okay, vielleicht nicht ganz. Gut. Team Red. Und mal schauen, ob wir die Lore diesmal vernünftig fortbewegt kriegen. Los, komm! Schnell, lau, schnell, lau, schnell, lau! Äh, wo kommt der denn her? Uh! Der lackt! Das ist unfair, warum lackt der? Wie ich lack? Wieso lacke ich? Oder lackt der Server im Allgemeinen? Irgendwas... ... ... ... ... ... WTF? Hallo? Wo kommen die denn jetzt auf der Male her? Hä? Naja, gut. Medic, wir brauchen einen Medic. Wir brauchen einen Medic. Wir brauchen einen Medic. And I spawn in... Yeah, jetzt. Ha, oder ich hole gleich einfach mal den bösen Pyro raus. Ja, ha, ha. Das wär's natürlich auch noch. Hm? Aber irgendwie führen die roten Krat... Äh, die... Ach so, wir sind rot. Ja gut, das ist natürlich umso besser. Wenn wir führen. Nimm, 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 nomm, 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 nomm. Okay, wir probieren was anderes aus. Wir probieren mal, äh, den Scout aus. So. Als Scout sind wir fies, mies und hinterhältig. Mal schauen, was wir damit gerissen kriegen. Ja, Junge. Irgendwie, da kommt nix. Spikst du aber selber, ne? Ah, okay. Ja, gut. Dann nehmen wir halt den Pyro. Geht auch nicht. Nehmen wir halt den. Geht auch nicht. Äh, dann nehmen wir den Spy. Juhu. Num, 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 num. Lass mich arzt, ich bin Spy. Ach ja, genau. Ich kann mich ja nicht verwandeln, weil wegen, äh, dem Messer. Weil dieses Messer, das ist voll epic. Das ist, also wenn ich damit jemanden töte, dann nehme ich ihn an. Also wenn ich jetzt... Uuuuh. Also, was ich sagen wollte, war, ähm, genau. Ich habe nämlich die letzte Belohnung. Bezwein, deine letzte Belohnung. Nach einem erfolgreichen Durchstoß verkleiden sie sich schneller als ihr Opfer. Total lautlos. Rückenstiche verursachen keine Angriffsgeräusche. Oder so. Oder ganz anders. So. Dann wollen wir nochmal schauen. Die Lore ist schon hier oben. Hm, äh, das ist, äh, eher suboptimal. Haha. Getroffen, getroffen, getroffen. Ah, ich brenne. Doktor, Doktor. Dok. Doktor. I need a medic. Mann. So, kündig jetzt. Danke. Guck mal, jetzt darf ich sogar Scout spielen. Das ist ja... Mann ist das. Juhu. Ähm, hallo? Night Spawn in 2, 1. So. Lass mich mal durch hier. Na, 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 na. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Ich brenne. Doktor, ich brenne. Wieso brenne ich, Doktor? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Muhaha. Mich kriegt keiner so schnell tot. Außer eine Sentry, die da gleich um die Ecke steht. Und ich mich frage, warum steht die da noch? Ja, ich glaub, die Runde haben wir verloren. Brauchte ich jetzt mal. I've said so. Mann. Warum? Mein Team ist shit. Jungs. Falls ihr das hier seht. Ihr suckt. Glaub's für nicht, dass wir das interessieren wird. Aber, okay. Da spielen wir halt jetzt auch in dem Pyro. Oh, Kütz, Tode. Ja, gut, wir zacken auch leicht. Aber gut, das ist, äh, normal. Außerdem nehm ich auf. Ich hab das Recht zum zacken. Oder so. Los. Friss das. Ich sagte, friss. Also jetzt gehst du mir echt so langsam echt auf den Piss, Junge. Los. Stirb, stirb, stirb. Ähm, stirb? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Schrei. Ah! Warum ist er nicht gestorben? Oh, ne, 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 ne. Spawnen. Danke. So. Schauen wir mal. Wo ist das? Wo ist das? Egal. What you fool? Na ja, schade daneben. Mich kriegst du nie. Mann, hast du es ja voll nicht drauf, ey. Wieso ist der eigentlich schneller als ich? Die Herdflamme. Uh. Hey, jetzt echt mal. Wieso ist das schneller als ich? Rum. Sagt es mir. Nein, 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 nein. Lass die Lore da stehen. Feiner Soldier. Hast du gut gemacht. Hey, na, na. So. Hm, 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 hm. Ähm. Gegner. Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Äh, 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 Hilfe. Erstmal. Medical. So, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Gegner. Ich brauche Gegner. Gegner? Hallo? Wo seid ihr? Leck. Gegner. Äh. Da war doch eben einer. Gegner? Gegner. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier geht irgendwo voll gerade die Party ab und ich kriege es nur nicht mit. Los, stirb, 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 stirb. Ja, nein, da stirbt doch nicht. Nein. Hm. Also irgendwie brauchen wir so langsam mal was, was zieht. Und das ist, äh, machen wir es so. Ja, und irgendwie steht unsere Lore immer noch am Anfang. Jungs, wir müssen mal die Lore bewegen. ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß jetzt, lass mich raus da. Ja. Gut. So viel zum Thema. Wir schmeißen einfach mal unser Pisseglas durch die Gegend. Ah, Hilfe. Nein, ich kann die ja nicht, na, ich kann die ja nicht ungezoomt abfeuern. Man. Notiz an mich. Was? Darwins, was? Darwins Gefahrenschild. Äh, ja. Genau, dann machen wir das Ganze mal so und so. Das sollte uns dann schon ein bisschen weiterhelfen. Hoffe ich. Zumindest, was das Abstechen von hinten angeht. Und, was das Haha, bist gestorben. Wow, da steht ja schon wieder eine Sentry. Wieso steht da? Oh, Mann. Warum stehen grundsätzlich da, wo ich längst gehen will, Sentries? Mann, ey. Ich glaube, die haben es echt so langsam auf mich abgesehen. So, könnte ich jetzt hier mal bitte respawn? Hallo. Ja. Kein Wunder. Ich meine, hier ist das halbe Team AFK. Was soll denn das? Jungs, wenn ihr keinen Bock mehr zum Spielen habt, dann geht aus dem Game raus. Und zwar lief den Server erst mal. Wo ging denn eben meine Rakete denn? Mal so ganz nebenbei geflacht. Los. Roll zurück. Ich verfehle es dir. Los. Roll. 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 Ja. Ihr könnt kommen. Ähm. Hallo? Also wie gesagt, ihr könnt jetzt herkommen. Hm. Oder auch nicht. Wow. Habe ich ihn schon oder habe ich ihn noch nicht? Nee. Alter. WTF? Wieso? Wieso? Ach Gott. Es kann doch wirklich nicht nur an mir liegen, oder? Mann. Der blöde Spyro mit seiner blöden Pudelmütze da, ey. Mann. Ja. 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 Äh. Jo. Ahab ist gestorben. So. Nein, 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 nein. Nicht darüber. Nicht darüber. Nein. Das ist ja... Oh, das... Nein. Er hat mich doch gesehen. Scheiße. Ja, ich weiß. Ja, wie viele... Na, nur einer. War ja klar. So. Nein. Yay. Alles ist super. Alles ist wunderbar. Yay. Woher denn? Wie, von da hinten? Ach, das war der blöde Soldier. Mann. Wie er mir einfach mal voll fett auf den Sack geht. Ganz ehrlich. So. Vier. Drei. Zwo. Eins. Verlängerung. Alter, dann würde ich aber echt abkotzen. Doktor. 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 Ich brauche einen Medik. Nee, echt jetzt. Ich brauche einen Medik. 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 Ich brauche dich wirklich. Ich brauche dich wirklich. Nein, ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Oh. Ich habe ein Sandwich. Nom, 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 nom. Nom. Get them all. Ach so. Verkleide als gegnerische Spy. Ich habe die nie gesehen, Junge. Nie. Never. Bam. Boom. Bam. Yay. Bärenkrallen. Mal gucken, ob wir jemanden im Nahkampf töten. Wo ist denn der? Ach, da ist er ja. Mann. Das macht doch gar keinen Spaß, wenn ich hier nicht mal einen zum töten habe. Ah. Ihr seht mich alle nicht, wahr? Ah. Okay. Er hat mich gesehen. Mann. Wieso kann er mich für drei Schüssen töten? Hm. Okay. Nein, Jungs. Holt sie da runter. Holt sie da runter. Jungs. Nein. Was macht ihr denn da? Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jungs. Das habt ihr sehr gut gemacht. Das muss ich schon sagen. Ihr könnt ja doch was. So. Dann stellen wir uns mal wieder da nach oben. und fracken sie da einfach mal wieder eiskalt weg. Uh. Doktor. Doktor. Hallo. Doktor. 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 Wieso habe ich eigentlich keinen Medic? Doktor. Doktor. Hallo. Los. Alle mal näher kommen. Doktor. Los. Komm. Stirb. Stirb. Wo ist er? Wo ist er? Hier war doch eben einer. Wie? Ich habe nur noch 110 Kugeln. Mann. Weißt du eigentlich, wie viel meine Natascha in der Sekunde verfeuert? Es ist so viel. Du kannst sie nicht mehr zählen. Ich bin nicht der Medic. Und ich bin nicht der Amokäste und so. Äh, irgendwie ist das hier am Lecken. Vollfett und so. Ne? Nein, nein, nein. Och, Jungs, nein. Oha, puh. Was machen die da? Ja, also guck mal, die Roten sind ja schon mal wieder fast am Dominieren. Der Ijama. Ja, Killer 300. Das ist gut, dass du findest, dass er haben muss. Stirb einfach. Mann, irgendwie geht mir hier gerade irgendwer voll auf Fett auf den Sack. Erstmal selbstfutter. No, 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 no. Schön geröstet. No, 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 no. So. Wer will hier aufs Fressbrett haben, ha? Komm da her. Cool. Auf die Distanz, das ist geil. Ähm, ja. Ich hab mir sagen lassen, fliegende Patronen sind nicht gut. Hallo? Ah, du bist so einer. Okay, du darfst das. Wo kommt der denn da her? Stoß, stirb, stirb. Ah, ha, ha. Äh, jep. Ich muss mal wieder zurück. Ah. Wo geht's eigentlich hin? Ach, hier geht's hin. Na gut, das hätt ich mir jetzt aber wirklich sparen können. Hier ist man da draußen rum. Na egal, gut. Hey, hallo. No, 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 no. Ah, ha, ha. Ich hab was zu essen und du nicht. So. Links, links, rechts, links, 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 rechts. Oh. Natascha, lass uns mal ein paar Gegner töten. Gott, war der dämlich. Mein, er sieht mich und versucht mich erst mal zu töten. Das hätte ihm doch klar sein müssen, dass das irgendwie nur bedingt funktioniert. Hey, guck mal, jetzt kommt da einer an. Hätte mich vielleicht nicht unbedingt ankündigen sollen, aber hey. Egal. So, los, komm her. Tut mir aber gerade echt leid, dass es irgendwie hier nicht so wirklich was passiert. Aber, äh, entweder ich camp hier weiter und bin Schütz, beziehungsweise halte die Gegner davon ab, weiter zu pushen, oder aber wir verlieren die Runde. Da ich, ähm, naja, auf das Verlieren nicht unbedingt Bock habe. Naja, gut. Ja, äh, by the way, wo mir das gerade einfällt. Nach den letzten zwei Folgen hatten mich einige gefragt, ob sie mal mit mir zusammen Team Fotos zocken können. Klar könnt ihr zusammen mit mir zocken. Auf meinem Kanal findet ihr die Seite zu meiner, zu meinem Steam-Profil. Da könnt ihr mich gerne hätten. Und dann können wir mal bei Gelegenheit eine Runde zusammen spielen. Das Problem ist nur, dass ich, äh, ja, wenn ich bei Steam Online bin, eigentlich 24 Stunden am Tag online bin. Und dass ihr mich nicht so besonders übel nehmen solltet, wenn ich dann mal nicht von jetzt auf gleich sag, yay, ähm, komm, wir machen mal ein Community-Match, weil aus dem ganz einfachen Grunde, äh, meine Zeit ist in letzter Zeit ein bisschen zeitig, oder so. Und dass ich nur noch 51 Kugeln hab, das, äh, stört mich irgendwie so ein kleines bisschen. Hm. Ähm. Okay. Dann wollen wir es mal weiter vorwagen. Ich mein, wir können ja die ganze Zeit ja nicht nur rumstehen. Na 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 na. Don't camp the supply. Ähm. Juhu. Ich hab wieder Munition. Und vorwärts. Ähm. Irgendwer schießt hier. Okay, das ist wo. Hm. Ich wusste schon, warum ich eigentlich ursprünglich da oben stehen bleiben wollte. Jetzt mal ganz ehrlich, warum? Mann, ey. Egal. Aber die Welt ist ja so schön. Juhu. Ich glaub, dann werd ich einfach jetzt mal helfen, mal ein bisschen zu pushen. Juhu. Ist bester Freund von, äh, ja super. Warum bin ich denn bester Freund von dem? Mann. Na egal. Oh, ähm. Jungs, ähm. Ja, das mit der Lore macht ihr schon ganz gut. Das ist wow. Jungs, da ist ja fast Skill zu erkennen. Jungs, was macht ihr? Cool. Die haben es den Berg hoch geschafft. Und ich höre hier irgendwo schon wieder eine Sentry rumballern. Achso, das ist unsere. Okay, das tut's gut. Das ist sehr gut. Aber was ist mit dem blauen Team los? Wieso ist denn das auf einmal so schwach? Zumindest scheint es auf einmal so schwach. Ah, schade. Klappt daneben. Aber beim nächsten Mal hole ich ihn mir. Mu-ha-ha. Stellt euch niemals einem Pyro in den Weg. Ah, ha. Yay. Hm. Okay. Was lernen wir draus? Stellt euch niemals einem Pyro in den Weg. Genau. Es ist ja nun nicht so, als ob ich ihm das gerade je mehr skaleert hätte. Und wir es dann gespürt haben. Aber, naja, gut. Verluste gibt es überall. So, na, 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 na. Hier wird nix gepusht. Was blau ist zumindest. Ey, wie sie ihn alle jagen. Wo ist er eigentlich? Wo war er eigentlich? Keine Ahnung, wo er war. Aber. So. Ah, nee, mein Dick. Nein. Mann. Könnt ihr nicht einfach mal die Health Kids da lassen, wo sie hingehören? Hm. Äh, ich bin der mit der Bratpfanne. Ja, ist ja schön für ihn. Dass er der mit der Bratpfanne ist. Yay. Dancing Potato. Echt jetzt? Ist eine tanzte Kartoffel. Oder sowas. Äh, 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 äh. Düp, 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 boing, boing. Los. Let's push. Ach, Mist. Mwahaha. Und tschüss. Nein. Er hatte einen Medic und ich hatte keinen Medic. Wieso habe ich keinen Medic? Woll, willst du mal ein Medic sein? Wenn ja. Dann schreibe ich es in die Kommentare. Nein. Also einfach mal adden und dann mal so ganz kurz. Yay. Ich würde ganz gerne mal mit dir Team Fortress zocken. Ja. Und dann schauen wir mal, was sich dann so machen lässt. Dancing Potato. Yay. 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 Äh, lol. Wo ist die Sau von Spy? Getroffen. Und? Wir haben gewonnen. Achso. Er ist ernst. Also ich meine, er ist echt... Nee, war er doch nicht. Wuhu. Wuhu. So. Dann würde ich einfach mal so sagen, wir haben die erste Runde gewonnen. Yay. Stirb. Okay. Nächste Runde. Mensch, wir sind vierter auf dem Server. Äh, also bei uns im Team auf jeden Fall. Ja. Sagen wir mal lieber bei uns im Team. Es ist dann doch schon besser. So. Jetzt push. Push, push, push. Sentry, go. Wieso? Blute ich? War... Och, dämlich. Und ich stand da direkt vom Health Kit, ey. Och, nee. Du-dup-dup-dup-dum. Du-dup-dum-dum-dum-dum-dum. Boing, boing. So. Vier, drei, zwei, eins. Nein, keine Verlängerung. So. Hilfe, lass mich da durch. Danke. Warum lauert mir ein Pyro auf? Hä. Okay. Okay. Hm. Nein, 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 nein. Push the button. Weiß zwar nicht welchen Button, aber trotzdem den Push the button. Yay. Wir brennen alle Sina. Wah. Wer stellt da eine Sentry hin? Mann. Tja. Und irgendwie stehst du hier rum, wa? Oh. Mensch, er bewegt sich. Oh mein Gott. Sie bewegt sich. Der neue Spawn-in. Jetzt. Dü-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Also dieser Geist, der ist ja auch öfters mal. Also. Nein. Böse. Nein. Los. Geh sterben. Geh für nur sterben. Yay. Der hat's voll drauf. Der mag er mit seiner Bratpfanne da. Juhu. Und tot. Nein. Diese blöde Sentry. Warum? Also könnte ich jetzt nicht mal wirklich jemanden kaputt machen? Warte mal. Der ist doch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Stimmt. Der ist bei mir auf dem Server. Genau. Ja. Der Root-Boy. Der ist zum Beispiel so einer. Root-Boy. Fühl dich gegrüßt. Moment. Fühl dich mal gegrüßt im Video. Nein. Nein. Oh Mann. Hilfe. Lass mich weg hier. Oh. So. Äh. Hallo? Wo ist denn der? Ah. Wo kommt der denn her? Fliegende Soldier. Mann. Es regnet Soldier. Das haben sie aber im Wetterbericht nicht gesagt. Mann. Ah. Wieso regnet es Soldier? Äh. Äh. Wow. Los. Gesterben. Gesterben. Nein. Nein. Ach. Mann. Aber den blöden Scout, den habe ich fix noch down gekriegt, Mann. Mann, ey. Voll shit, ey. So. Können wir jetzt hier mal bitte mit Danke wieder spawnen? Hm. Los. Wow. Guck mal. Ich habe einen Medic. Danke. Fühl dich gedankt. Vielen Dank. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Fühl dich so gut, als du dich gut fühlst. Hm. In dem Fall. Alter. Irgendwas backt hier gerade leicht. Lass er meinen Medic in Ruhe. Maus. Mauspad ist zu Ende. Du kommst hier nie wieder raus. Ach, du bist schon tot. Mist. Ähm. Entschuldigung, Root Boy. Tut mir echt sorry. Aber irgendwie, äh. Wie er mich einfach nicht runtergeblasen kriegt hier. Und wie er einfach nicht sterben will. Mann. Warum will er nicht sterben? Eier egal. Toll. Jungs. Die Puschen. Die Puschen. Das ist nicht gut. Arriba. Medic. 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 Ah, guck mal. Da ist er ja, mein Medic. So. Let's death together. Medic. Ja. Naja, gut. Dann nicht. Also. Ja. Immer schön locker durch die Nase atmen. Ach. Ach, 4-1. Das war so schön eben. Naja, gut. Tja. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, dann beende ich die Aufnahme hier an dieser Stelle. Ja. Sag dir mal. Bis denn.